herzlich willkommen zu einer weiteren folge auf dem hauptfriedischen marsch wir fahren jetzt ein abfahrkurs für hopfen ein vom feld 13 zum hof und dann schauen wir dass wir die strohballen verkauft bekommen die aktuell gepresst werden auf feld 15 glaube ich nicht ja das war ja das war ja nix das ist der andere hier der dünger aktuell düngt den werde ich mal ganz kurz hopfen das ist auch voll ungünstig kurz entlassen so da muss ich nacharbeiten was sei das der mieter weg naja sie uns entlassen das sind blütentee werden das ist das ist keine Ahnung sicher immer die doch das ist so ich bin es mit der kurs bei niemals in gut läuft auch schon mal gedüngt ist so einfach nicht reinfahren so jetzt kommt es zumindest um die ecke da geht es ja auch besser wird viel stroh dann nehmen wir gleich mit näher ist einfach voll warm ist es hier es ist einfach geht auch wieder ich wollte mal den mittagern passieren 23 kmh nicht schlecht oder ist etwa der da komme ich genau in eine Bäume rein ach so ich fahre so schnell 10 kmh aber wir getauscht die Fahrzeuge jetzt können wir flippern bevor wir eine Kurve eingehen der PIP PIP Jo Föbel sind gescheu So, dann können wir gleich den Kurs einfahren. Sobald wir um die Ecke sind. Ne, da muss ich nahe arbeiten. Aber bei rund ist das so. Hauptsache ich muss hier nicht flügen, aber das kann passieren. Ah, ne. Jetzt aber wir beginnen mit dem Kurs. So. Hier sage ich noch mehr Traktoren kaufen. Wachs, erinnern sich mal gleich. So. Das war nicht so schnell. Wie schön. Dann können wir den Kurs verkaufen. Wenn die Auslad läuft und wahrscheinlich flügen. Das ist gleich wieder voll. Dann bin ich gespannt, ob man sagt, ob er läuft. So. Hier ist ein Da. Das ist gelogen. 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 Strasse Strasse Wollte ich mir eigentlich drum kommen ja noch aber schauen wir hier mal was wir kriegen mit der gut das klappt schon mal warten wir mal einen blick und das geht los dann eine kurve einstellen ich habe eine kurve die ist ja nicht schlecht so weit das klappt so weit dann werden wir uns mal um den lkw kam und den rest trocken kümmern und dann um stroh ist ja stöchling geschafft vollgas durchdrehen reifen ich drehe auch gleich durch so können wir ja nicht arbeiten die europa ertrag berocken dort werden locker zwei fuhren gut mal weg stellen dann gleich zur bga fahren und dann die lage reinkippen so waren die freundschaft hat sollte soll es für die heute je voll gewesen sein ich hoffe es hat euch gefallen ich würde mich freuen über ein like ich sage schon mal danke ansonsten hört und zieht man sich zur weiteren folge hoffe ich zumindest schau